Bist du auf der Suche nach einem modernen und einfach funktionierenden Lernsystem? Willst du Prüfungen mit Bravour bestehen? Möchtest du sagenhafte fünfmal schneller lernen und lesen? Möchtest du dein Gedächtnis verbessern? Möchtest du eine bessere, eine effizientere, schnellere Denkweise haben? Willst du Zeit gewinnen, indem du mindestens dreimal so schnell liest wie bisher? Meistere die tägliche Informationsflut mit Links. Erledige deine Arbeit im Beruf schneller und effizienter. Sei immer topaktuell informiert, ohne immer alles lesen zu müssen. Mache dein Gehirn aufnahmefähiger und nutze dafür die Geheimnisse, die den meisten verborgen bleiben. Entdecke die Tricks, mit denen du weniger studierst, aber viel mehr lernst. Die Turbo-Lernstrategie besteht aus Methoden, aus der Lernforschung und Praxis, um große Informationsmengen schneller zu lernen. Methoden, die den Lernstoff gehirngerecht in dein Langzeitgedächtnis bringen. So wirst du spielend einfach bessere Ergebnisse in deiner Fortbildung und im Alltag machen. Du kannst die Informationsflut im Büro, beim Studium und so weiter viel einfacher bewältigen und als Nebeneffekt verbessert sich sogar noch dein Gedächtnis. Dank neuen Erkenntnissen, dank der Evolution der Wissenschaft und nicht zuletzt dank der Informatik können wir heute viel einfacher lernen und schneller lesen. Wusstest du, dass eine Größe wie die US Air Force bereits in den 50er Jahren eine Schnelllesetechnik entwickelt hat? Sie haben herausgefunden, dass man bei der Projektion von Sätzen mit 4 Wörtern alle 500 Sekunden genauso gut lesen kann und alles mit viel besserem Textverständnis und mit besserer Erinnerung. In der Zwischenzeit hat sich die Technik weiterentwickelt und heute existieren Techniken, die die allergrößten Unternehmen einsetzen, um ihr Kader zu formen und die Anzahl Wörter pro Minute auf 1000 zu steigern. Solche Erkenntnisse und viele mehr nutzt die Turbulence-Strategie. Die Turbulence-Strategie wurde für diejenigen entwickelt, die das Beste aus sich herausholen wollen und für ihre Wissensaufnahme eine perfekte Grundlage bilden wollen, damit das lebenslange Lernen in allen Bereichen viel einfacher, schneller und effizienter vonstatten geht. Die Turbulence-Strategie ist modular aufgebaut, du hast von Anfang bis Ende an der Hand genommen. Einfach erklärte Lektionen zeigen die häppchenweise das genaue Vorgehen, um beispielsweise ein Fachbuch von 200 Seiten in weniger als 3 Stunden zu lernen. Wenn du diese Strategie umsetzt, wirst du Ergebnisse erreichen, die du sehr wahrscheinlich jetzt noch für unmöglich hältst. Über 30.000 Kunden können sich nicht ehren, die Turbulence-Strategie liefert dir eine erprobte Strategie mit praxisorientierten Methoden, die von den besten Gehirngenies dieser Welt entwickelt wurden. Diese Methoden miteinander kombiniert ergeben die wahre Kraft und das macht die Lerntipp.com-Turbulence-Strategie aus. Jeder kann mit weniger Zeit viel mehr lernen. Studiere weniger, lerne aber mehr. Stell dir einmal vor, wenn du nur doppelt schneller lernst, wie viel Zeit und Frust du dir dabei schon sparst. Du wirst damit einen riesigen Informationsvorsprung und Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern haben, denn du schaffst in der gleichen Zeit das Doppelte. Mit der Turbulence-Strategie schaffen es nicht wenige bis fünfmal schneller zu lernen. Das Wichtigste an der Turbulence-Strategie ist aber, dass sie ein gesamtes, vollumfängliches System ist, welches dich auf motivierende Art mitnimmt und dir eine klare Vorgehensweise zeigt, um Informationen fünfmal schneller zu lernen. Du kannst mit dieser Strategie ein kompliziertes Fachbuch von über 200 Seiten in weniger als drei Stunden lernen und mit einem mehr als sicheren Gefühl an die Prüfung oder die nächste Konferenz gehen. Die Turbulence-Strategie ist für dich unverzichtbar, wenn du in deinem Beruf mehr als 30 Minuten pro Tag liest, immer viel Lesestoff vor dir hast und irgendwie es nicht schaffst, ihn zu bewältigen, wenn du dein Gedächtnis verbessern möchtest, fit halten möchtest und bis ins hohe Alter geistig gesund bleiben möchtest. Du befürchtest es, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein? Dann solltest du dir die Techniken, Methoden aneignen, um eben in deinem Themengebiet immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben. Du befindest dich im Studium und willst effizienter lernen und Prüfungen mit Bravour bestehen? Dann ist die Turbulence-Strategie ein Muss für dich. Du willst dich beruflich fortbilden und möchtest sehr viel Zeit sparen, indem du dir die Tricks holst, um das neue Wissen in Windeseile zu lernen und nie wieder zu vergessen. Du möchtest dir einfach Namen, Daten und Fakten sofort merken können und nie wieder in peinliche Situationen geraten, an denen du einen Namen zum Beispiel nicht mehr weißt. Wenn du so weiterfährst wie bisher, dann wirst du nie besser und schneller werden. Du musst jetzt eine Veränderung herbeiführen. Du musst dein Verhalten ändern. Ab heute lernst du nicht mehr auf die Art, wie du es in der Schule gelernt hast. Denn dort hast du es völlig falsch gelernt. Oder viel treffender gesagt, in der Schule wurde dir das richtige Lernen abgelernt. Sobald wir eingeschult worden sind, benutzen wir überwiegend die linke Hirnhälfte und übernehmen diese Präferenz unbewusst bis ins Erwachsenenalter. Die allgemeine Überzeugung, dass der Gebrauch der linken Hirnhälfte unsere intellektuellen Fähigkeiten entwickelt, während die rechte Hirnhälfte relativ unwichtig ist, stimmt so leider überhaupt nicht. Die rechte Hirnhälfte ist genauso wichtig und in der Zusammenarbeit beider Hirnhälften liegt erst das vollste Potenzial, damit das Lernen eine wundervolle Erfahrung wird. In der Turbolernstrategie erhältst du eine äusserst effiziente Methode, mit der du die Zusammenarbeit der linken und rechten Hirnhälfte förderst und dadurch viel mehr Denk- und Lernleistung vollbringen kannst. Ich garantiere dir, dass sich die Turbolernstrategie unglaublich für dein Leben und deinen Erfolg auszahlen wird. Und sollte es dennoch nicht der Fall sein, erhältst du einfach dein Geld zurück. Wissenschaftliche Untersuchungen zu Lernmethoden und Lernforschungen bestätigen das Funktionieren der Turbolernstrategie. Aber was erhältst du konkret? Erfolgreiche Lernvorgänge beinhalten immer Emotionen, Gefühle, Erfahrungen, Motivation und einige andere Faktoren wie Aufmerksamkeit, Erfahrung, Befindlichkeiten, Entspannung, Wachsamkeit und andere. Und natürlich clevere, gehirngerechte Lerntricks und Hilfsmittel. Dieser Kurs zeigt dir deshalb eine vollumfassende Art, die alles Wichtige miteinander kombiniert. Schneller lesen und dabei mehr verstehen als beim normalen, langsamen Lesen. Dafür erhältst du sogar zusätzlich einen separaten Kurs, nur für das schnelle Lesen. Nicht selten schaffen es meine Kunden, ihr Lesetempo um das Fünffache zu steigern. Und das bei besserem Leseverständnis. Unglaublich, oder? Wir lesen zu viel. Lerne das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Ein Fachbuch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen, ist ziemlich die falsche Vorgehensweise. Eine gute Nachricht für dich, oder? Entdecke das Geheimnis von Lernposter im Stil von Mindmaps. Diese funktionieren perfekt zur Aktivierung des Lernstoffs. In der Turbulence-Strategie hältst du auch ein besonderes Mindmapping-Tool, welches du nutzen darfst. Die Turbulence-Strategie macht dein Gedächtnis fit. Du wirst mit der Zeit merken, wie dein Gedächtnis besser und besser wird. Ohne Motivation bleibt nichts mehr hängen. Die Turbulence-Strategie zeigt dir, wie du dir bewusst motivierende Inputs gibst und dich somit auch für weniger interessante Themen motivieren kannst. Wir gehen der Motivation völlig auf den Grund. Ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Entspannung. Denn Stress ist ein Blocker für gute Wissensaufnahme. Lerne Methoden, um in den optimalen Lernzustand zu gelangen, Stress zu beseitigen, um das Unterbewusstsein zugänglich für neue Informationen zu machen. Die moderne Technik verbirgt auch Geheimnisse, die uns die Wissensaufnahme um einiges erleichtern. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir in der Turbulence-Strategie diese Technologien zugänglich zu machen. Hol dir die Freude am Lernen zurück. Das wird sich wie eine Spirale nach oben entwickeln. Denn auch die Motivation und der Erfolg wird sich verbessern und du wirst die wichtigen Informationen, die du hier und da aufschnappst, immer im Gedächtnis behalten können. Du hast dafür eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf die Turbulence-Strategie. Teste in Ruhe den Kurs. Und solltest du damit nichts anfangen können, was ganz selten vorkommt, dann werden wir deine Investition einfach zurückerstarten. Aber verschiebe deinen Erfolg nicht auf morgen, denn bereits jetzt in wenigen Minuten kannst du die Turbulence-Strategie besitzen und bald schon 5 Mal schneller lesen und lernen, denn du erhältst direkt nach der Zahlung den sofortigen Zugang zum Download. Und nicht vergessen, du hast eine stahlharte 60-Tage-100%-Geld-Zurück-Garantie, die jegliches Risiko deinerseits abnimmt. Und lege jetzt los und schnapp dir die Turbulence-Strategie. Es gibt auch noch tolle Bonusgeschenke kostenlos zu deiner Bestellung dazu, wenn du jetzt bestellst.